Hallo Freunde, ich bin es mal wieder und ich wollte euch schnell erzählen, dass es mein Lied im Wettbewerb das Lied fürs Leben hat in das Final geschafft, das am 29. Juni wird in Zürich stattfinden. Und es wäre mega cool, wenn ein paar von euch dort hinzugehen könnten und mich und die anderen alles unterstützen. Wie ihr aber seht, bin ich immer noch hier in Australien und wiederum selber gar nicht dort sein können und habe die Möglichkeit bekommen, ein Video zu machen und das einzuschicken anstatt einem Live-Auftritt. Gestern war ich im Studio und habe das Lied aufgenommen und jetzt filmen wir dann noch das ganze Video und das dann zusammen. Und das wird dann das erste Mal dort im Wettbewerb zeigen. Also ich werde leider nicht dort sein, aber wenn ihr gerne gehen wollt, geht doch und tut mich und die anderen ARDS sehr dumme stützen. Merci vielmals und bis bald wieder in der Schweiz. Vielen Dank. Vielen Dank.